Aloha und herzlich willkommen zurück zu Black Mesa. Ja, wir haben diese unglaublich coole Hand und wir gehen einfach mal hier weiter. Ich denke, wir werden schon... Hm, toll. Das hat wieder gut geklappt, ich bin begeistert. Ist da irgendwas drin? Ah, da sind... Für die Strahlenkanone. Äh, Munizian. So, mal direkt wieder quicksave. Hallo, komm ich nicht durch? Gut, dann hier lang. Wow, 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 wow. Kinders, ihr müsst schon aufpassen, wo ihr hinschießt. So läuft das nicht, au. Au. Au, 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 au. Fress dies, ihr Schweine. Au, 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 au. Angriff der Killerhornissen. Yeah. Zentripetale Anziehung. Aha, okay. Friss dies, du Sau. Wow, episch. Wie ich da geschossen habe. So, aufladen. So, noch jemand. Haben wir es jetzt? Danke. Au, au, au. Ja, Digga, sag mal. Au, Digga. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Ding einen großen Schaden da anrichte, oder? Ich probiere es gerne weiter aus, aber das klingt jetzt nicht so vielversprechend. Treffer. Wow, episch. Boom, kaputt. Gut. Wo habe ich denn jetzt meine coolen Hornissen? Hornissen finde ich gut. So, irgendwas mit der Maus stimmt hier gerade nicht. So, jetzt. Jetzt. So wird ein Schuh draus. So, da wird eine Mission eingenommen. Muss ich denn immer noch Gegner geben. Das kann es doch nicht sein. Du bist tot. Ist dir das schon aufgefallen? Hallo? Okay, cool. Tot. Ähm. Das gibt es hier durch die Tür wahrscheinlich nichts. Reifen, cool. Reifen sind immer gut. Dann geht es hier lang bestimmt auch nirgends so hin. Hauptsache mal zur Tun-Tür gelaufen. Kaktus? Tut nicht. Tut nicht weh. Ich habe was gehört. Kamera. Toten bringen nichts. Okay. Vorsichtig hier hoch. Lieber ein Quick-Safe. Sicher ist sicher. Hier gibt es doch bestimmt gleich irgendwas zu tun. Ich höre, dass sie da drin sind. Das geht aber kaputt gut. Au. Toll. Da bin ich jetzt glaube ich selber abgeschossen. Mit so einer Hornnisse. So, die Tür gar nichts. Müll? Hallo? Nix. Ähm. Da durch das Tor. Okay. Die Tür geht auch nicht. Das Tor. Oh, nicht gut. Gab es doch hier drüben noch ein Tor, oder? Geh mal weiter. Ich höre die ganze Zeit was. Aber hier kann man rum. Nicht gut. Na gut. Oh, oh, oh. Treffe ich da denn überhaupt irgendwas? Wir machen das jetzt anders. Mit dem Quick-Safe, weil ich jetzt garantiert gleich mich selbst töte. Ähm. Nein, das wollte ich nicht. So wollte ich. Oh. Au. Au. So vielleicht? Das lief ich auch nicht. Ähm. Aber so jetzt. Na ja, stirbt doch ein. Ah, guck mal. Da machen wir aber mal einen kurzen Quick-Load, weil ich da jetzt gerade so viele Granaten verbraten habe. Das war echt nicht schön. So. Nächster Versuch. Äh. So. Oder? Ha. Du brennst. Wolltest du erwähnt haben. Gut. Ähm. Wir gehen mal weiter. Da geht's gleich. Was? Au. Nö, nö. Egal. Alles gut. Ach, toll. Ich kann doch auch einfach so. Na, 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 na. Alles gut. Stirb einfach. Und da. Mal das. Piss, Nelka. Zentripetale Anziehung. Aha, okay. Wir machen mal kurz einen Quick-Safe. So geil lief es nicht, aber... Egal. Hallo? Geh kaputt, du Kiste. Danke. Die Kiste auch noch ein bisschen. Und da ist wieder Rüssi drin. Also... Energie. Was haben wir hier? Hallo, hallo? Da geht's weiter offensichtlich. Dann geh ich mal hier kurz. Aufregend. So, dann gehen wir jetzt hinten durch die Tür wieder raus. Schauen wir, was ist das denn da? Hebel? Nein, schade. Hätte sein können. Oh. Sind da doch explodiert. Geht's jetzt hier hin? Da liegt ein Toter. Da geht's bestimmt lang, oder? Wow. Episch. Ich bin begeistert. Genau da wollte ich hin. Da ist immer... Schrotflinte. Kann ich nicht. Tür krieg ich nicht offen. Was hat mir das denn jetzt gebracht, dass ich hier reingeeiert bin? Da! Tür! 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 Kann er da? Gut. Kann er da. Kann er da. Genau. Einfach mal wild mit diesen Viechern rumballern. Die finden schon ein Ziel. Oder auch nicht. Gut. Tür. So. Ah, Tür. Kann ich auch nicht aufmachen. Area 3. Ich hab... Freeze. Ich hab jemanden, der nicht versucht, mich zu töten. Du nicht versucht, mich auch zu töten, oder? Genau. Okay. Well. Aus dem Blick, hast du einen Knall für die feinsten Dinge in meinem Leben. Ich, ja. Machst du vielleicht die Tür offen? Danke. Oh. Oh. Hier ist es, Doc. Die Motherlode. Nee, die brauche ich nicht. Revolver-Munition. Einfach mal schnell alles nachfüllen, was wir haben. Aber volle Möhre nachladen. Revolver. Oh. Was haben wir da? Normalen Scheiß. Normale Pistole. Guckst du sicher, wir gehen die richtige Richtung? Was hab ich jetzt genommen? Raketen. Raketen. Sekunde. Noch mehr Raketen. Boah, ist das geil hier. Guck sich das einer an. Raketen, Raketen, Raketen. Nee, es ist Munition für das Strahlenmoped. Wo hab ich denn das Strahlenmoped überhaupt? Da hab ich das Strahlenmoped. 100%. Granaten ohne Ende. Rucksäcke ohne Ende. Boah. Haftminen hab ich auch schon alles voll. Ist das geil. Armbrustbolzen. Mal direkt gucken, ob die Armbrust geladen ist. Cool. Das Ding. Ich könnte dafür Granaten gebrauchen. Was haben wir da? Munition. Oh, Granaten. Ey, es ist ja so stark. Hab ich jetzt alles genommen. Schrotflinte hatte ich voll. Energie wäre gut. Schrotflinte. Na, die nehm ich dir nicht weg. Wo krieg ich denn hier Energie her? Dann gibt's Energie. Aber ich nehm ja lieber meine Waffe. Die Waffe ist cool. Das seht doch gleich garantiert Scheiße. Ich seh das doch. Boah. Voll aufmunitioniert und gedöns. Und jetzt krieg ich gleich so fast von einem in die Fresse. Komm. Ah, ich muss drüber. Mal mit dem Quick Save. Oh, ich muss gerade hier gleich wehtun. Was? Hö, Tür. Sind da unten irgendwo welche? Nein, vorsichtig nicht. Das war klar. Quick Save. Äh, Quick Load. Jetzt muss ich den ganzen Weg da durchlaufen. Das bräuch ich ja ewig. Ähm, also den Sprung hab ich geschafft. Das war gut. Wuhu. Geschafft. Wuhu. Quick Save. Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht. Hm. Hm. So, wo sind sie denn wohl? Hm, testen mal dahin. Nein, nix. Dann mal da den Gangler. Auch nix. Hey. Geht's überlaufen. Da hinten lang? Nix. Ich geh mal hier lang. Da ist ein Loch. Da mag ich nicht. Toilette. Da unten irgendwer. Hallo, hallo. Oh, Bürostuhl. Cool. Ja, Bürostuhl ist natürlich ganz wichtig. So, dann gehen wir mal hier. Da liegt ein Toter. Da hinten gibt es Energie. Ist mir aber egal. Klatsch. Hö. Vorsicht. Oh, oh. Du bist tot. Schon gemerkt? Cool. Dann gehen wir mal da hinten durch das Loch. Sicher ist sicher. Ja. Das hätte ich mir eigentlich aussparen können. So, ab ins Klo. Hallo, hallo. Keiner da. Gut. Ah, Tür. Wow, episch. Das lief ja wieder bombastisch. Ich bin begeistert. Da krieg ich aber immer Schrotflinden. Hallo? Läuft hier irgendwo jemand lang? Ich höre doch hier irgendwo jemanden laufen. So, da habe ich den einen erschossen. Was? Wo? Au. Au. Ich weiß nicht mehr, von wo der schießt. Mal kurz im Quick Save. So, vielleicht sehe ich ihn ja von hier. Hey, 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 hey. Von wo denn? Ach, da unten. Na, was ist jetzt? Arsch. So, dann werden wir mal hier. Häpp. Hier hinten hin. Achso, ich muss hier runter. Na toll. Au. Naja, hätte da klappen können. Ähm, so, wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ich glaube, ich muss doch nach oben. Ich gehe mal nach oben. Da kann ich rüber. Nöp. 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 Hm. Au. Nein, ich habe mir nicht wehgetan. Alles gut. Oh, guck mal, hier kann ich lang. Dann kann ich da runter. Tja, den habe ich getroffen. Oh, oh. Wollen wir einfach ein paar Dinger's verschießen. Ich werde doch wohl irgendwo treffen. Da laufen eher Marines rum. Au, warum schießt ihr denn auf mich? Das sind doch Aliens. Warum schießt ihr nicht erst mal auf die? Die treffen auch noch auf die Sau, diese Affen, ey. Ja, was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Ha, ha, jetzt kriegt der hier die... Man ist nur mal Ohren geschossen, Idioten. So, dann stirbst du... Jetzt kommst du gleich hier vorne wieder und dann stirbst du auch. Komm. Das sieht aber voll schlecht aus mit dem Leben, ey. Da oben auf dem Turm war keiner. Da ist noch einer. Ah, ich sehe dich. Genau, er mischt man. Ich bin da, siehste. Au. Meine Fresse, wie viele sind denn da? Au. Eigentlich ist diese Waffe voll geil, weil die einfach rumfliegen und alles töten. Aber irgendwie... Der Einzige, der gerade stirbt, bin ich. Au. Sag ich doch, der Einzige, der hier stirbt, bin ich. Finde ich gut. Top. Bin begeistert. So. So. Fuck. Au. Ey, die können doch nicht ernsthaft immer so behindert treffen, diese Vögel. Ja, klar. Fick dich doch, du Bastard. Du dämlich. Ach, hier könnte ich mich verstecken. Okay, alles gut. Hab nix gesagt. Ähm, ja. Prinzipiell finde ich das gut. Willst du nur hier hin? So, und jetzt? Au. Treff mich selber. Fliegen die denn vielleicht mit dahin, wo ich möchte, dass sie hinfliegen? Hm. Tot? Tot. Oh, 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 oh. Arschkrampen. Fress das. Kommt jetzt schon wieder einer an, oder? Ich weiß das doch. Wie kannst du da um die Ecke laufen und sofort so treffen? Oh, jetzt komme ich nicht mehr in die Ecke. Es ist ja egal. Jetzt habe ich nur noch viel Leben. Ja, toll. Ja, das war... Ey, fickt euch doch alle ins Knie. Ernsthaft. Mache ich das jetzt anders? So. Dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich danke wie immer herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat trotz der massiven Fails irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, haut's rein!